Ein Bauer aus dem Dorf, der hat eine Wiese abgemäht mit seinem Traktor und mit einer Heupresse. Er hat den Traktor abgestellt und hat irgendwas in der Heupresse reparieren wollen und dabei ist er in das Gerät geraten. Dabei ist er tödlich verletzt worden. Die Grundstückseigentümer, die ihm erlaubt haben, dort das Heu zu mähen, das war gegen 17.15 Uhr, die haben sofort die Polizei und den Rettungswagen benachrichtigt. Die waren auch hier und der Rettungsarzt konnte nur den unnatürlichen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei und Kriminaltechnik sind hier vor Ort, die bearbeiten den Tatort. Es ist nun mal so, dass es für die Einsatzkräfte, auch für die Rettungskräfte erhebliche Einsatzbelastung ist.